Jetzt sind die Jungs natürlich angeschickst. Bisher alle sauber. Da haben sie aber einen rausgelassen. Also ich glaube, eines ist klar, kommen wir rüber zu deinem Teamkumpel. Eins ist klar, wir haben hier im Grunde genommen zwei Siegerteams. Ihr habt euch im zweiten Durchgang noch mal deutlich verbessert. Aber werden wir auf die Endzeiten gucken, da waren sie dann herausgefordert. 23,1 Sekunden, ein idealer Durchgang. Und damit Glückwunsch an Fabian Hambüchen und Lukas Dauser, die Sieger. Vielen Dank. Applaus Das war's.